So, warte, wir schieben ihn nochmal hier hin, zack. Ne, nicht rein, rein ist doof. Ne, ah, nicht verrutschen. Ne, nicht verrutschen. Einfach hier so stehen bleiben, danke. So, in der Hoffnung, dass wir es schaffen. So. Aber gut, das Spiel sieht ja auch voraus, dass man ganz oft stirbt, um es dann einmal zu schaffen. Da zieht das Spiel ja schon voraus. So, das haben wir wunderbar. Hier kommen wir auch rein. Das ist krass. Das ist richtig krass gemacht. Okay, wir müssen... Okay, 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 okay. Okay, wir müssen dann wieder auf die Lohre raufspringen. Alter Schwede. Okay, das ist krass gemacht. Aber auch sehr geil. Okay. Sehr geil, aber auch sehr krass. Ähm. Ähm. Ah, ne, der schiebt, der geht da sofort hin. Und jetzt ist da Strom die ganze Zeit drauf. Okay, der muss sich also irgendwie hier halten, der Dings, der Wagen. Mal, kann ich da mich da vorstellen und dann den so aufhalten? Kann ich. Ähm. Ich kann ihn hier nicht ausbremsen. Ist ja logisch, weil er schräg steht, ja. Muss ich mich vielleicht beeilen? Ne, das nicht. Dafür ist die Strecke wahrscheinlich zu lang. Ich würde sagen, dass dafür die Strecke auf jeden Fall zu lang ist fürs Beilen. Das war doof. Aber es muss ja wahrscheinlich doch was damit zu tun haben, dass wir da so schnell hinfliegen fahren. Und dann lässt du. Da habe ich auch tot, oder? Ja. Tricky, tricky, tricky wieder. Ja. 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 Boah, ich hab langsam Hunger, ich hab nix gefrühstellt, es gibt eigentlich, jetzt muss ich gleich mal Essen machen für mich. Ne, das schaffen wir nicht. Ähm, dann mach ich gleich mal nen Schnitt. Wieder mal, guck mal wieder wie das Rätsel geht, weil ich hab absolut echt gar keine Ahnung gerade. Was ich hier genau machen soll. Komm ich da ran? Nein. Okay, da vorn ist wieder ein Hebel, womit wir das wahrscheinlich ausschalten können. Aber wir haben gar keine Zeit da hinzukommen. Merkwürdig, 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 merkwürdig. Weißt du was ich mache? Ich hab Hunger. Ich hab jetzt erstmal was zu essen und guck dann gleich wie es weiter geht. In zwei, drei Sekunden. Bis gleich, tschüss. So, da war der kurze Schnitt zum Essen. So, hat man hier wahrscheinlich überhaupt gar nicht gemerkt. Ähm, warte mal, wie macht man's denn am besten? Ähm, warte, 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 warte. Ups, das war doof. Nein, lecker, nein. So, warte mal, wir müssen da mal gucken. Da muss ich hier mal rüber, glaub ich. Wir müssen das auf jeden Fall zeitlich schaffen. Wahrscheinlich müssen wir das einfach hier ein Stück, hier ein Stück hoch schieben. So, dann braucht der nämlich relativ lange um anzufahren. Ah, immer noch ein Stück zu wenig. Warte, 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 warte. Das war immer noch ein Stück zu wenig. Moment, 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 Moment. Achso, äh, abbremsen. Nee, das ist noch nicht ganz gut genug. Boah, hier ist schon richtig, wenn wir das hier einfach ein Stück hoch schieben. Jetzt schiebt er nämlich, ja, jetzt fährt er nämlich erst ganz langsam an. Deswegen, wir müssen nachher irgendwie immer ein bisschen Zeit rausschlagen. Und dann schaffen wir das auch. So. Okay, ich seh immer relativ wenig. So. Nein! Ein Stück zu spät. Ich hätte abspringen müssen. Ein Millimeter zu spät. Okay, warte, 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 warte. Machen wir selbstverständlich nochmal, ist ja klar. Das doof ist halt, dass man so wenig sieht. Das finde ich ein bisschen schade. Aber auch das gehört dazu. So. Ah, da war schon wieder der Upcode. Ah, das hab ich eigentlich mitgekriegt. Ah, der war schon da. Oh, 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 oh. Das war natürlich doof. Da hab ich ein bisschen... Ach klar, hier muss er gar nicht rüber. Nee, das war doof. Aber egal, das schaffen wir trotzdem noch. So. So. Das geht trotzdem. Oh. Das war fast schon wieder doof. So, warte. Ich muss wahrscheinlich nicht da hoch, da die Lampe wird da ja nicht umsonst da stehen geblieben sein. Ich muss, wie ich mir das vorstelle, das runterschieben. Okay. Da gleich hinterher springen wahrscheinlich. Dann wird da... Ach nö, wieder von hier. Och, schade. Oh man, nee. Ich hab gehofft, dass wir von nach vorne weitermachen müssen. Äh, naja. Man kann leider ja nicht alles haben im Leben. Ach, ich dachte, das wäre ein Stück zu spät gewesen, aber alles gut. Äh, ich mein zu früh, Entschuldigung. Nicht zu spät, zu früh. So. Das haben wir geschafft. Wunderbar. Es freu mich sehr. Okay. Das ist nicht gut, möchte ich behaupten. Warte mal, vielleicht können wir... Mal gucken, nur mal so aus Neugier. Wenn wir jetzt gerade mal hier einfach runterfallen, dann ganz schnell wieder hoch gehen. Okay. Okay, das geht nicht aus. Ich hab gehofft, dass es nach einer Zeit dann vielleicht ausgeht und nur einmal schießen kann. Hmm. 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 Lag ich... Lag ich leider mit falsch. Kriege ich die Box hier rauf? Nein. Ähm. Dann weiß ich es auch nicht so genau gerade wieder. Hmm. Okay. Da fährt jetzt also die ganze Zeit. Ah, okay. Ich hab was. Ich hab... Ach, warte. Das hat nicht funktioniert. Ah, doch, doch, doch. Es funktioniert. Es funktioniert. Es funktioniert. Okay. Ja, ja, ja. Okay, 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 okay. Darauf muss man auch erstmal... Muss man auch kurz mal drüber nachdenken. Okay. Da kommt man nicht ran. Da müssen wir aber wahrscheinlich ran, so wie ich das Spiel kenne. Hier haben wir wieder Kisten. Was macht der Knopf? Der lässt das hochfliegen. Warte mal, ich lass das nochmal hochfliegen. Ah, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal. Wenn wir es nochmal so machen. Warte mal, warte mal. Warte mal. Warte mal. Oh, so ganz knapp. Das war natürlich ganz klar von mir. Warte, 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 warte. Ah, Mist. Nein, ich bin wieder zu... Okay, das ist wieder ein bisschen... wieder ein bisschen alles an der Frage des Timings. Ich schieb das auch immer ein klein bisschen zu weit. Nee, jetzt wieder ein klein bisschen zu wenig. Warte mal, nochmal. Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Äh, was ist denn nochmal was? So, übereinander habe ich sie jetzt gekriegt. Das macht aber dann doch gar keinen Sinn. Komme ich hier jetzt hoch? Nein, ne? Nein. So, das macht nämlich doch gar keinen Sinn. Schieb mal den ganz nach da. Ähm... Den mal nach da. Ich muss da irgendwie ganz schnell hochkommen. ... Dass ich es schaffe, die Box hier oben aufzuhalten. Gott, wie mache ich das denn? Ähm... Aber ich komme zumindest schon mal nicht mit einer Box da so schnell hin. ... ... Dass das funktionieren könnte. ... Uh... Ah, nee. Warte mal, warte mal, warte mal. Will ich das jetzt nochmal hier so? Okay, dann kommt die noch nicht ganz so da rüber. Ah, okay. Okay, okay, warte mal, warte mal, warte mal. Nee, das war falsch. Die muss da ganz nah ran. So, die kann da wahrscheinlich stehen bleiben, sodass sie ganz knapp nicht über die Kante geht. Ich hoffe, das klappt nicht. Schade. Das hat auch nicht ganz funktioniert. Ah, so vielleicht, warte. Okay. Das war doof, weil ich schon wieder eine völlig falsche Taste gedrückt hab. Okay, warte, 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 warte. Der Ansatz, den ich hab, ist, glaub ich, richtig. Warte, wir lassen's einfach mal genau so stehen, wie's jetzt grad steht. Wir lassen's einfach mal genau so stehen. Vielleicht ist das auch schon der Trick daran. Nein, das ist nicht. Ich muss eine Box da irgendwie hochkriegen. Hm, dafür muss ich es schaffen, rechtzeitig nach da oben zu kommen. Um das davon abzuhalten, nach oben zu fliegen. Oder wieder nach unten zu fliegen. Nee, das schafft man so nicht. Dafür ist die Kiste zu schnell. Müssen wir vielleicht doch eine außerhalb des Dings haben? Nee, das nicht. Dass wir damit doch ganz gut loslaufen können vielleicht. Ich weiß das nicht. Ich weiß nicht. Ah, das war dumm. Das war dumm, das war dumm, das war dumm. Hm. Eine müsste vielleicht hier hoch und die andere tatsächlich ganz am Rand. Ich weiß das nicht. Aber die eine braucht natürlich länger als die andere, ne? Das ist ja klar. Die braucht aber viel zu wenig lange. Jetzt braucht nichts, woran ich vielleicht eine Kiste vielleicht beschweren könnte. Wollen wir mal eine mal hier hinstellen? Nee, dauert nicht lange genug. Ich kann mir hier keine ranhängen. Häng mal. Warte. Na, Mann. Nee, komm mir nicht ran. Warte mal. Wenn wir eine Kiste jetzt darauf liegen lassen, sollte es theoretisch ja nicht ausgehen, oder? Tut's aber. Okay, es geht also aus. Ich bin ein bisschen ein bisschen tricky. Ich bin ein bisschen dran. Ich bin ein bisschen kleiner. Warum? Vielen Dank.